aufgepasst meine herren pius ist unsere neue herren schuhmarke pius bei gabor gabor kennt ihr sicherlich von euren frauen die machen total coole damenschuhe und das können die auch für herren und zwar richtig komfortabel und modisch mit gelber zitronengelber sohle die sehen ein bisschen balki aus weil das moment modisch ist aber sie haben einen enormen hohen tragekomfort weil diese sohle praktisch auf springt wenn ihr abrollt und dadurch sind sie ganz weich und flexibel gabor hat sehr intensiv an der ausstattung der schuhe gearbeitet ihr habt ein ganz weiches latex fußbett wollte ich sagen was ganz toll weich polstert und innen drinne habt ihr noch mal eine cork ausfütterung für alle die die mal etwas tiefer in den schuh hinein blicken also richtig cool gemachte schuhe